Ich bin die SPD und ich habe eine gute Nachricht für Sie alle. Das dreijährige gewollte Kind ist wieder seinen Eltern zugeordnet worden. Da ist aber so fast alles gefunden. Da können wir jetzt auch einen Kuss für Politiker auf die Macht machen. Die SPD auf 1 CFP auf 1 CFP auf 1 CFP 2 Auf 1 CFP auf 1 CFP 3 Und da reiten wir den Griff merken. Dieses Mal sehen Sie dann ein bisschen anders aus. Diesmal sehen Sie dann ein bisschen anders aus. Christinaoka WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR